Hallöchen Leute herzlich willkommen wieder hier ist eure Sachsi und ja ich hab zu euch zwei ich hab zwei frage zu euch weil ich wollte unbedingt das wissen von euch erste frage ist wie gefallen euch meine videos nervig gut mittelmäßig manche sind lustig manche scheiße ja ich weiß manche sind scheiße oder manche krotzend schlecht aber ja nicht so die zweite frage ist was erwartet ihr oder ja was erwartet was welche let's play wollt ihr von mir sehen oder schreibt in den kommentaren einfach alles was durch diese zwei thema euch ist eingefallen ich mache diese frage in auf will ich dir auf meine erste seite rein machen also wenn ihr kommt diese frage zur community die benennen ja und ja ich wollte das unbedingt jetzt wissen seht ihr ich bin sogar nicht geduscht nicht gehen weil ich wollte unbedingt so schnell weil heute muss ich noch weggehen es ist schön rasiert gell so ekelhaft ekelhaft ja und dazu wollte seht ihr ich sogar mein Bett habe nicht gemacht ja leider so ja ich bin immer noch vorbei und ich wollte noch noch eine sache machen dann ist schluss keine sorge äh du ich muss mich euch entschuldigen weil paar tagen heute ist der mittwoch seit samstags kein video gekommen weil es wurde scheiße licht meine fresse weil irgendwie habe ich urlaub und habe ich irgendwie keinen bock die video zu benennen ja ich weiß normalerweise mache ich das pure arbeit f*** dich nicht f*** dich ach ich hasse es ja ich werde sagen ja das wollte ich euch bescheid sagen ich versuche heute das zu benennen weil ich muss kurz in am betrieb gehen und ja wir sehen uns nächste mal ciao